Wie war das mit der Judennachbarschaft? Gab es einen stark ausgeprägten Antisemitismus, wie bei Wilhelm II.? Im Alltag für die meisten wahrscheinlich nicht. Es gab Beschränkungen. Zum Beispiel konnten Juden im Militär keine Karriere machen. Das war in Preußen natürlich eine starke Einschränkung. Durften nicht Offizier werden? Durften nicht Offizier werden. Es haben viele im Ersten Weltkrieg gedient, aber nicht viele davon sind tatsächlich über den einfachen Gefreiten hinausgekommen. Viele haben sich freiwillig gemeldet, weil sie das als ihre Bürgerpflicht ansahen. Sie fühlten sich als Deutsche, aber man hat sie, was die Karriere angeht, extrem beschränkt. Es gab bestimmte Berufe, in denen die Juden intellektuell tatsächlich eine Chance hatten. Einer davon waren die Rechtsanwälte. Also diese Familie, die ich da recherchiert habe, die war ein Rechtsanwalt und Ärzte und Rechtsanwälte waren die Berufe, in denen, wenn man denn studieren konnte, die man am leichtesten ausüben konnte. Ja, aber durfte man denn Staatsanwalt werden? Ne, soviel ich weiß, waren unter den Staatsanwälten relativ wenig Juden. Es gab über 800 jüdische Rechtsanwälte in Berlin, aber ganz wenige, die in höheren akademischen flüte. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!